Hallo, hier ist die nächste Folge Minecraft, wo wir jetzt natürlich dann noch ein bisschen was brennen hiervon. Ich beobachte das gerade. Ah, jetzt ist es gerade ausgegangen. Aber ich kann noch ein bisschen Kohle nachwerfen. So, und dann trinken wir noch mal einen Schluck. Prost! Prost! Ein bisschen Wasser noch. Okay, jetzt ist hier alles fertig. Ich habe alles mal eingesammelt hier. Jetzt packe ich mal den Stack-Dings hier rein und suche jetzt mal noch ein bisschen, packe das Eisen mal weg. Das Eisen, wo hast du das denn hingepackt? Eisen? Eisen, die reinen Barren, die gibt es gerade nicht. Die habe ich, warte, ich gebe es da. Ja. So, ich habe sie jetzt hier unten bei dem Holz hingelegt. Mhm. Hier macht er mir jetzt mein Quazit fertig. Machen wir noch ein bisschen Kohle. Wo hast du denn die Kohle hingelegt? Kohle ist hinten beim Werkzeug. Ah ja. Ich packe mal 10 da rein. Nein, ich habe mich verklickt. Verdammt. So. Dann brennt der Ofen das hier mal. Vielleicht brauchen wir noch einen Ofen. Wie braucht man nochmal einen Ofen? Äh, 4 Steine in der Anordnung von der Workbench. Magmatid. Ja, das sieht nicht so cool aus. 4 Steine. Ich glaube, da waren es 5 Steine. Also wie eine Truhe, eine Holztruhe. Musst du ausprobieren, bin mir immer sicher. Einmal außenrum wahrscheinlich. Mhm. Aber wahrscheinlich mit dem gleichen Stone, ja. Ich habe nicht. Außer ich nehme das, das Stone, was ich eigentlich nehmen wollte für, für meine Treppe. Hast du noch Wegbeefstone? Schau mal, schau mal auf mit dem Lager, ja. Also über deinem, äh, über dem Ofen. Da müsste es auch drin liegen. Was denn genau? Dein. Oder welchen Steine brauchst du? Darts Seed, Cobblestone, Stairs, habe ich gerade auswesend aufgenommen. Also Gott, ich habe nur Darts Seed und Magmatid. Aber es sind hier Stars. Ganz oben. Ganz oben. Oh, oh. Was? Hier ist der Darts Seed drin. Da ist Andes Seed drin. Und ganz oben ist, was ist hier oben drin? Ich nehme dann einfach Darts Seed. Schluff und hellgrüner Stein. Und Kreide. Okay, ich habe jetzt hier auf jeden Fall das Darts Seed, Quart Seed, Quart Seed. Ich müsste den ganzen Stack Darts Seed eigentlich gerade genommen haben. Habe ich aber nicht. Ich habe nur zwei. Ich dachte, Shift wäre alles nehmend. Ja, ich habe hier schon verklickt. Stumpf verklickt. Wer klickt. Okay. So, ich habe jetzt, ich baue einfach noch ein paar, so drei, vier neue Brennöfen. Dann sind wir ein bisschen schneller mit meinen Steinen. Ich baue noch so drei neue Brennöfen. Eins, zwei, drei. Da wollte er bestimmt was. Ah, ich baue hier noch einen Ofen hin. So. Aber nachher brennt das oben an, deswegen. Okay, das wäre vielleicht nicht so clever. Ich weiß nicht, ob das hier so realistisch ist. Ah. Dann setzen wir nochmal den Ofen hier hinten hin. Okay. Dann kommt er halt hier hin. So. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Kohle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 eins, zwei, drei, vier, fünf, ne? Wir haben noch zwanzig Stück, okay. Das ist hier alles. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Quartzit Coverstone. Quartzit Coverstone. Quartzit Coverstone. So. Quartzit. Eigentlich kann man das aus Kreide machen. Das sieht doch viel hübsch aus. Ein weißer Weg. Ja. Vorne ist wieder eine Kuh am rumhüpfen. Wir haben so viel Kreide. Ja. Ich mache hier noch meine beiden Stairs hin, die ich noch hatte. Na ja, okay. Dann baue ich schon mal ein paar Stairs. Diese Kiste. Ich baue jetzt eine extra Tür. Ist mir jetzt egal. Es gibt jetzt eine extra Tür hier. Ja, sieht kacke aus. Hier hin kommt die Tür. Wir brauchen ein bisschen Kies. Hast du Kies? Kies liegt vor der Tür. Oder hier. Hier unter seinem... Ach nee, das ist Diorit. Hier ist Kies. Am Eingang. Ja, ich wollte das hier so rumbauen, dass man da auch reingehen kann. Also so ein Weg hier mit Kies. Dann muss die hier, glaube ich, unter Wasser. Aber es ist alles dunkel. Okay, dann müssen wir warten. Ich hüpfe mir so lange noch über die Sachen drüber. Vielleicht hat es aber auch so gebaut, damit die Kuh nicht reinkommt oder sowas. Oder er hat es einfach gar bedacht. Das kann sicher sein. Wir müssen warten. Vergiss nicht mal, was wieder zu essen, ne? Oh ja. Das klingt schon. Ich schaue gleich mal nach. Oh, jetzt hast du Betaufelölfung gemacht. Ich schaue gleich mal nach, was man für Mehl braucht, wie man das herstellt. Ja, bestimmt. Aber ich glaube, Mehl war drei in der Reihe, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. In der Reihe war, wie man Ding herstellt. Oh. Ich habe jetzt inzwischen so viel... Ich habe es drei unten, Brad. Drei Weed einfach unten. Ich lege dir hier mal noch ein bisschen Weizen rein. Ja. Dann kannst du mal ein bisschen Brot herstellen. Okay, mache ich. Ich habe Knoblauch geahnt. Und braune Blätter. Salt. Wintersquash. Kukumbe. Und Cantaloupe. Was ist das denn? Was war nochmal Steuerung, glaube ich. Hier, was war nochmal der Splitter? Rechtsklick. Ah ja, genau. Man muss sich zwischenzeitlich daran erinnern, wie es mal war, ne? Ich habe sieben Brote jetzt erst mal wieder gemacht. So, alle Brote drin. Weizen noch da rein. Ich schnappe mir noch eine weitere Pickaxe. Dann hüpfe ich nochmal mit meinen Steinen vorbei. Hier sind 21. Weitere 21. Nochmal 21. 249. Hier 49. Das sind erstmal schon mal... Schon mal ne gute Anzahl an Steinen. Womit ich auf jeden Fall schon mal ein paar Stairs machen kann. Und das Wassergluck hat so schön im Hintergrund. Gluck. Gluck. So, dann machen wir hiervon Quazitsch Stairs. Schauen wir uns mal die Stairs an. Ja, die sind gut. Ja, das machen wir so. Moo. Moo? Ja, die Crew macht moo. Ach so. So. Ich mache hier gerade mal... Einige... Stufen schon mal. 32 habe ich jetzt schon mal. Weißt du, dass sie nicht auch noch Quazit? Ja. Da befinden wir schon mal ein paar von den Stufen. Ist ja auch mal fertig. Joa, und die Platzierung der Stufen passiert in der nächsten Folge wie spektakulär. Bis dahin, danke, dass ihr es zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.